Was ist gut, everyone? Gaststätten-Vibes. Man kennt's. Aber bald sind wir in Wien. Und dann geht's los. Und wir starten direkt rein. Sag mal dein Outfit, Bro. Okay, wir fangen unten an. Dann Rose von Senja driftet. Tanktop driftet. Kette driftet. Und hier noch 2,20. Shoutout an. Prozente-Mark. Brille auch von da, genau. Aaaaah. Was geht, Digga? In meinen Vlogs wird irgendwie zu viel geraucht. 2 sogar. Back at it again. Back at it again. Aus welchem Jahr ist die? 2003. 2003. Nein, 4. Ich bring's da mal hoch hier. Jetzt musst du so Howdy sagen. Komm, jetzt mach's. Nee, Bro. Tu's für den Content. Howdy, Homies. Was machst du denn? Und dann ist es so, Dirk? Ich hab schon gespottet, wer die Cam anmacht. Ich darf schon so. Ich distanziere mich von diesen Aussagen. Das ist nie so passiert. Du meinst die, oder? Jaja. Jaja. Das ist doch so ein Piece, das wird einfach mal komplett legendär sein. Die ist richtig, richtig geil. Jaja. Die war so günstig, die ist auf Jux gespottet für Wochen um 600 Euro und kein Schein hat sich interessiert. Damals hätte man, ich erinnere mich noch, als ob Celine online sale war. Das war krank. Jaja. Zwischenfazit, oder kurzes Update. Also, wir gehen jetzt auf die Abschlusspräsentation von der Angewandten. Wir wollten eigentlich ursprünglich um 18 Uhr da sein, jetzt ist es 19 Uhr 20. Die anderen, FC Pünktlich, stehen noch am Schottentor. Ich hab mir jetzt hier einen kleinen Snack geholt, weil wir heute kaum Zeit hatten, was zu essen. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich, hoffentlich inshallah kommen wir rein. Hoffentlich sehen wir uns dann drinnen wieder. Aber da ist gleich der Vorderen. Das sind die Struggles, wieso sind wir, keine Ahnung. I don't know. Backdoor. Doch, sag ja. Ich sag ja. Ich weiß, ob du die Story gemacht hast. Doch, hab ich. Ich hoffe, es sieht man gut auf Cam. So, Guys, jetzt hier hinten. Homie von Tommy. Sein Lok. Ich hoffe, es sieht man gut auf Cam. Und erzähl. Hast du geklärt oder was? Ja. Ja, Guys, was sagt ihr zur Show? Fazit? Also, all in all war sehr stark, sehr abwechslungsreich. Ich finde, am Anfang hat man noch relativ gesehen, wie die, dass die Leute so nicht ganz ihre eigene Designsprache haben, so ein bisschen inspiriert, aber all in all sehr stark. Fand ich sehr, 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 sehr nice. Okay. Oh, sorry, 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 bro, sorry, bro. Wäre ich dabei gewesen, wäre es eine Zehn von Zehn gewesen. Wäre es eine Zehn von Zehn gewesen. Dann wäre es eine Zehn von Zehn. Ich sehe es eigentlich so wie Tommy und Timmy. Irgend so sieben, acht würde ich geben. Und ich fand die zweite Klasse besser als die erste. Weil mir irgendwie mehr, die hatten so ein bisschen eine Story, weißt, ganz blau und dann noch so wie so ein Final und dann sind alle wieder retour gegangen und das fand ich schön. Für Celine gelaufen, oder? Celine. Und du für Dior. Ja, Leute, also die wirst du schon ein bisschen was abgeben. Ja, ich fand auch die Pieces ehrlich gesagt alle nicht super. Für die erste Klasse fand ich, muss ich schon sagen, so gut, darf schon stark eigentlich. Wie random. Sag mal was für die Leute in München. Ich habe gehört, dass München und Wien sehr ähnlich sind. Also von der Sprache, von der... Ich weiß nicht so, wenn ich in Paris bin, checke ich, dass ich in Paris bin. Aber wenn ich in München bin, würde ich denken, ich bin in Wien. Ich war mal mit meinem Dad in München und ich dachte wirklich, wir sind in Wien. Der crazy Tag geht vorbei, war auf jeden Fall nice. Wir sind jetzt auf dem Weg zu U-Bahn, fahren jetzt heim. Show war crazy. Und yeah, wir sehen uns dann morgen. Bis dann, Jungs. Ey, 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 guten Morgen, Guys. Wir sind hier wieder, 16. Bezirk. Neuer Tag. Jetzt erstmal ganz kurz Kaffee holen, dann tippe ich zu Tim. So Leute, jetzt hier Breakfast Spot. So Leute, wir sind jetzt hier am 9. Zeig mal deine Crip bisschen. Ich glaube, das beste Piece ist auf jeden Fall die Togo Couch. Dazu halt von B&B Italia die beiden Beistelltische. Und natürlich auch ein bisschen lokale Kram, wie jetzt zum Beispiel die Kerzen hier. Aus dem Volta Viena in Wien. Dann so ein bisschen so ein Abklatsch von USM. Sieht schön aus, kannst halt alles verstauen so. Hast du dafür bezahlt? Nope. Den finde ich auch sehr, sehr geil. Der Lipstick Spiegel von eBay Kleinanzeigen. Also falls ihr irgendwie gute Möbel oder so braucht, auf jeden Fall bei eBay Kleinanzeigen vorbeischauen. Da findet ihr echt sehr, sehr gute Stils. Finde ich mesh ganz gut mit dem Buch-Zeitungständer dazu. Bisschen eingestaubt, aber auch nette Bücher. Hey, die muss natürlich auch dabei sein. Edi, Margella, Alexa McQueen. Also so alles, was das Herz begehrt. Dann noch der dritte von denen. Die Artemido Messino-Lampe. Nebendran dann noch das Bild. Das habe ich tatsächlich selber gemalt. Oh, das hast du echt selber gemacht? Da hatte ich so eine Phase, wo ich sehr into Margella und CCP war. Und dann noch, was ist ja geil. Das sind so Beistelltische. Ich finde halt Beistelltische mega geil. Dann halt noch den, das ist halt auch so. Das geht halt auch so in die Bauhaus-Richtung. Meiste Gardinen, damit es halt auch ein bisschen kleiner wirkt. So, hier jetzt noch eine kleine Jacken-Collection. Das sind so meine favorite Pieces. Also für den Winter auf jeden Fall. Den Coat von Sumeron. Die Quali ist schon ein bisschen ass. Dafür war der halt auch wesentlich billiger. Das ist ein P-Coat von SLP. Auch noch aus der Hedi-Ära. Ich finde halt halt einfach mega schöne Details, wie jetzt zum Beispiel hier die Knöpfe. Dann mein absoluter Grey. Meine absolute Lieblingsjacke. Die Celine Western. Ich glaube, nach der habe ich gerade zwei Jahre gesucht. Von einem Homie dann am Ende bekommen. Auch schon ordentlich durchgetragen. Aber wirklich mit Abstand. Mein favorite Piece aus meinem ganzen kleiner Schrank. Dann so meine drei favorite Blazer. Ein schwarzer Blazer. Geht zu Album von Saint Laurent. Hat auch ein echt gutes Material. Müsste Baccarello sein und nicht Hedi. Dann noch ein bisschen was dickeres. Aus Cord. Der ist aus Antwerpen vom Sample Sale. Die Verarbeitung ist mega gut. Dann der wahrscheinlich auffälligste von allen. Second Hand Piece. Gibt mir halt auch so Celine Sonorand Vibes. Voll. Der ist richtig hart. Ist halt im Sommer richtig, richtig geil. Abends in eine Bar oder im Club oder so. Unter noch zwei Bomberjacken. Die Gold Embroider Jacket von Saint Laurent. Ein mega schönes Piece. Auch echt sehr, sehr dünn. Also eigentlich perfekt für den Sommer geeignet. Genau. Auch ganz schöne Verarbeitung im Rücken. Die ich auch ewig wollte. Hast du jetzt Spring Summer 20 von Celine. Die Souvenir Jacket. Hat halt einfach echt einen richtig schönen Farbton. Die Streifen. Ich hoffe das kommt auf Kamera gut rüber mit dem Licht. Aber der ist echt insane. Und der Backprint. Bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Von irgendwie so Schrift am Rücken. Aber bei der finde ich passt es halt einfach perfekt. Bro Alter wie oft ist die dir runtergefallen? Einmal. Alter unangenehm. Du kannst einfach eine Sprite nicht richtig aufmachen. Okay bis später Bro. Bis später Bro. Bis dann. Haut rein. Ja. Ja. Juhl. Ja. Juhl. Untertitelung. BR 2018